Hier in Chippenham kauften wir unsere Miltek Ballenpresse, um die anfallende Pappmenge, die durch leere Verpackungen entstand, besser handhaben zu können. Die Ballenpresse hat uns sehr geholfen, den Abfall effizienter zu entsorgen. Außerdem ist es eine große Hilfe, wenn das Lager sauber und aufgeräumt ist. Die Maschine haben wir jetzt seit rund anderthalb Jahren und wir fanden den Kundendienst sehr gut. Wann immer wir kleinere Probleme hatten, größere sind bisher nicht vorgefallen, war ein Mechaniker innerhalb kurzer Zeit hier und wir konnten die Maschine weiter benutzen. Zudem wurde die Abfallmenge, die sonst von der öffentlichen Müllabfuhr abgeholt wurde, wesentlich reduziert, wodurch wir langfristig gesehen Geld sparen.